Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschiller und schaut euch wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollen wir heute mal wieder so ein kleines Kisten-Opening machen. Ich habe nämlich insgesamt zwei Kisten, die ich öffnen möchte. Einmal war ich fleißig am Multiplus machen, da haben wir hier einen 16er Freihafen haben wir sogar gelaufen. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern an den Key, war er bestimmt nicht so schlimm. Und wir waren auch fleißig PvP am Basteln und ja, wir müssten ein 465er Item aus der PvP-Kiste rauskriegen. Ich hoffe ja, da ich knapp über 1800 letzte Woche war, dass ich da ein Upgrade-Token rauskriege und hier hoffentlich ein Motorrad. Wir haben jetzt schon mal auf die D umgestellt, oder? Ja, Wildheit. Und jetzt gucken wir rein, drückt mir die Daumen, ich würde das Trinket hier ganz gerne in 475 nehmen. Und was haben wir drin? Wir haben irgendwelche Hände drin. Ich bin gerade am überlegen, die haben halt den Vielseitigkeits-Proc und Lifesteal drauf, ne? Ach ne, ich muss auf Vollverser gehen. Ich bin gerade ein bisschen am überlegen, ob ich es für das PvP-G hernehmen kann, weil ich da ganz gern so ein Item hätte. Aber ich glaube, das rentiert sich nicht. Jetzt muss ich mal ganz schnell schauen. Katzengear. Ah ne, ich habe hier schon Verser drauf gemacht, ne? Das bringt mir nichts. Ich habe hier Verser, Mastery und Ding. Ne, das kann ich leider auch nicht fürs Zweitgear benutzen. Sehr, sehr schade. Ich könnte es eventuell fürs Guardiangear benutzen. Tempo, Mastery wäre okay. Okay, da müsste ich aber halt den Vielseitigkeits-Proc runternehmen, ne? Verser wäre natürlich auch hier besser. Ich brauche eigentlich sowohl im Katzen- als auch im PvP-Gear. Also Katzen-Pvp oder Guardiangear bräuchte ich beide. Verser, beim einen Verser Mastery, beim anderen Verser Mastery oder Verser Tempo. Ja, gut. Man kann ja mal gucken. Vielleicht kann man es irgendwo anders noch einsetzen. So, dann habe ich jetzt die größere Hoffnung tatsächlich noch auf die PvP-Kiste. Da gucken wir, ob wir was Sinniges rauskriegen. Eins müssen wir noch gucken, wie viel Titan-Residium wir haben. Wir sind jetzt bei 17.700. Heißt, nächsten Mittwoch müssten wir genug Titan-Residium haben, um mir mein Biss-Item für den Brust-Slot im PvP-Katzen-Gear zu holen. Und ja, dann haben wir auch nochmal eine kleine Verbesserung. Dann hat sich zumindest das gelohnt, ein bisschen Titan-Residium. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier vielleicht dieses Upgrade-Token bekommen, das ich haben will. Die können anscheinend nämlich relativ selten in der PvP-Kiste drin sein. Yes! Ich muss diese scheiß Dailies nicht mehr machen. Warum habe ich jetzt vorher... Ah, nice. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Das ist jetzt sehr gut. Gut, dass ich noch über... Schaut mal an. Das ist jetzt quasi ein Token, da kann ich ein PvP-Teil upgraden, ne? Um, ich glaube, es sind immer so nur ein paar Item-Level. Ein normales Teil kann ich auf 4,65 upgraden. Und ein, was jetzt halt nicht hoch ist, ne? Also es wäre jetzt Crap. Aber ein Azerid-Teil kann ich auf 4,75 upgraden. Und du musst halt, dass du das hier kriegst, zumindest 1.800 Rating haben. Also in der letzten Woche. Und ich habe letzte Woche zum Glück noch knapp über 1.800 gespielt. Jetzt wieder runter. Ich bin halt random mit der Katze noch ein bisschen am Üben, mit irgendwelchen Leuten am Spielen. Aber für 1.800 hat es gereicht. Jetzt habe ich das Token gekriegt. Und jetzt kann ich meine Biss... Schultern müssten es sein. Upgraden. Jetzt muss ich bloß gucken, wo ich die habe. Jetzt dürfen wir keinen Fehler machen. Weil das Problem ist, du kannst dir dieses Token auch holen über diese komischen Abzeichen, über diese hier. Da musst du aber ewig viele Dailies machen. Das dauert x Wochen. Du kannst, glaube ich, 6 Abzeichen die Woche holen. Du brauchst 40, ne? Also sind es 5, 6, 7 Wochen musst du alle diese PvP-Dailies machen, dass du das Teil kriegst. Und das ist halt ewig lang. Und ich habe mir jetzt letztens erst den Kopf geupgradet. Warte, jetzt nehmen wir mal das Katzen hier an. Ich habe mir letztes Mal hier den Kopf hier hochgebastelt. Das ist auch mein Bisskopf. Der hat halt hier dieses Überlebensinstinkt-Trade drauf und Eisenbeißer. Und die beiden brauche ich halt, ne? Und hier habe ich halt nur eins von beiden drauf. Ich habe aber irgendwo... Das hier müsste es sein. Warte, jetzt legen wir das mal an. Das habe ich noch rumliegen. Hier habe ich die beiden Biss-Trades drauf. Und deswegen wollen wir das jetzt einmal upgraden. Das ist halt auch über PvP. Also das müsste ich ab... Genau, Gladiator. Aber ich checke es jetzt lieber nochmal. Also das wäre jetzt bitter, wenn ich das falsche Item upgraden würde. Aber das ist es. Das kann ich jetzt einmal upgraden. Jetzt ist das auch für 85. Perfekt. Jetzt tun wir das gleich mal speichern als neues PvP-Gier. Das ist jetzt sehr schön gelaufen. Jetzt habe ich nämlich quasi hier das Biss-Teil. Hier das Biss-Teil. Und die Brust hier. Die kann ich mir halt über Titan-Residium kaufen, tatsächlich. Und da brauche ich halt 20.000 Abzeichen. Und nächste Woche, also nächsten Mittwoch, habe ich oder müsste ich genug haben, wenn ich wieder einen 15er Key laufe. Oder vielleicht 16, 17, irgendwie sowas. Dann habe ich genug zusammen. Ich kann aber mein altes Teil dann eh dissen. Also das hier, ne? Werde ich dann wahrscheinlich eh dissen, weil ich es dann nicht mehr brauche. Und da hole ich mir dann nochmal einen Teil, das hier einmal Eisenbeißer drauf hat. Und das hier, Dschungelfrohrer, müsste ich glaube ich drauf haben, oder? Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, das konnte der hier verkaufen. Eine von den Brüsten müsste es sein. Nope. Ich glaube, die unten war es, oder? Genau, diese ist es hier. Eisenbeißer. Dschungelfrohrer, einmal will ich es nämlich haben. Dann hat es Magenfetzer drauf. Gut, die Heiltrades sind jetzt halt nicht so berauschend, aber das Teil ist es hier. Das hier, 20.000, das müsste ich nächste Woche zusammen haben. Und dann haben wir tatsächlich für die Katze Bis-Azerit-Teile, ne? Und das macht halt tatsächlich schon mal viel aus. Genau, wunderbar. Haben wir zumindest eins von zwei Items gekriegt, die ich haben wollte. Nächste Woche ziehen wir dann das Motorrad raus, Titan Residium. Und dann habe ich eigentlich soweit das Katzen-Gier, das ich haben möchte, ne? Soweit. Gut, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so rausbekommen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Opening wieder. Euer Tla. Bis dann. Ciao.